Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Among the Sleep In der letzten Folge sind wir von einem Monster geflüchtet das uns erst erschrocken hat dieses hier, das ist ein Bier und jetzt sind wir wo eingebrochen wo dieses Monster irgendwie haust oder was weiß ich mussten diesen Schlüssel hier finden den werden wir uns jetzt mit dieser Kiste über die Fässer holen und dann wird es uns das Monster erschrecken weil es hier reinkommt sonst wäre er kein so ein Fass Monster Hallo Monster Ich hör die Fotze schon Ich hör die Fotze hier rein Ich hör die Fotze hier rein Ich hör die Fotze hier Loll, f*** dich. Kann ich nur da raus? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Groß bin ich. Ich hatte schon Schiss von meinem Schatten. Nein, nicht runter. Mutti. So. Darüber kann ich auf keinen Fall wahrscheinlich. Diese Musik, ich hasse sie. Ich muss da raus. Okay. Dann muss ich da raus. Ich habe Angst. Ich stand da vorher glaube ich nicht. Was bringt es mir? Ich bin hier. Ruhe. 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 Ist das hier irgendwo? Ruhe? Ich hör sie. Ruhe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wo bin ich hier denn? Na, dann muss ich mal rennen. Jetzt läuft nichts mehr vorbei. Bin ich da? Bin da nicht. Bin da gar nicht. So. Jetzt? Hier sieht gut aus. Hier war ich glaube am Anfang. Hab ich jetzt ne Runde gemacht oder wat? Ich muss da wieder rein. Was? 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 Okay. Okay. Was? 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 Das ist auch das Problem. Was? 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 Alter. Nein. 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 Ich muss ja weg. Es hat mich erfolgt. Wieso nebelt es hier so. Wieso nebelt es hier so? I don't like it. So. Jetzt das letzte Puzzleteil. Dieses fucking Monster. Ein Labyrinth? Mit dem Monster wieder? Ja? Toll. Ich freue mich. Genau. Und noch Doktor krabbeln. Yes. Ich liebe es. Ich bin nicht auf Ön. Ich bin mit der Tür. Es ist schon cool. Hm. Ja, das ist wieder. Das ist der nächste Teil. Alter. Hätte ich jetzt ein Facecam an, ey. Oh, fuck. Wer hat es im Blick gesehen? Wer hat es, choppelt es, länger ist es. Man kann das nicht sagen. Man kann das nicht wissen. Ich werde es aber auch nicht sagen. Man kann das nicht sagen. Man kann das nicht sagen. Man kann das nicht sagen. Ich wird nicht sagen. Ein Ding. Ich weiß nicht, wie ich langen muss, ich hitz da rüber, aber ich bin mir sicher. Ich muss auf jeden Fall was finden, denke ich. Schwierig, schwierig. Wo? Warte, war da was? Ne. Ich hör's aber schon wieder. Hier bin ich safe, hier bleib ich jetzt. Für mein Lebensende. Schade, mein Teddybär kann mir nicht helfen. Lalalalalala. So, wieder geht's. 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 Oh, fuck. Komm schon, hin. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was das war. Hm, jetzt ist es echt schwierig, ich weiß nicht wie ich da langsam das geht nicht Oh nein! Es kommt mir vor mir! Lass mich verdammt nochmal in Frieden 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 Lass mich verdammt nochmal in Frieden